Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent's Homebreaker. Jetzt habe ich schon wieder Gwent gesagt, ich mache das mal wieder. Beim letzten Mal haben wir Verräter bezwungen, haben einen Kommandanten besiegt und jetzt haben wir noch ein paar Orte auf der Karte zu entdecken, bevor es zum Kapitel Ende geht. Und was ist das hier für ein Anwesen, warum ist das so verschont geblieben? Ach, das ist wahrscheinlich das Anwesen von Phalbeson gewesen. Der jetzt, ähm, der hängt da. Okay, sieht aber schick aus. Dann gehen wir weiter. Wir haben noch einen Ort auf der Karte, wir müssen noch hier oben in dieses kleine Dörfchen, da ist noch ein Rätselkampf, da ist eine, ein Massengrab. Wahrscheinlich wieder ein Rätselkampf mit Monstern. Gucken wir mal nach. Unbegrabene Leichen ziehen nicht nur Monster an, sondern auch Krankheiten. Gegen Monster bleibt ein Kampf oder Flucht, doch was lässt sich gegen einen unsichtbaren Feind ausrichten, wenn Luft und Wasser einen langsamen, qualvollen Tod versprechen? Entferne alle Leichen vom Schlachtfeld. Okay. Ich hoffe, es sind nicht so viele. Pestilenz. Habe ich gerade gesagt, ich hoffe, es sind nicht so viele. Und wo soll ich anfangen? Todeswunsch. Füge Benachbarten verbindet in Einheiten drei Schaden zu. Das ist ein ziemlich cooles Puzzle, aber ich glaube, das könnte wieder etwas schwerer werden. Okay. Ich kann die hier ausspielen, ja, und die werden sofort eine Leiche kaputt machen. Füge Benachbarten. Das heißt, wenn ich jetzt in die Mitte schieße hier. Ein Molzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Nur links und rechts. Ähm. Was habe ich für ein Langschwert? Verbessere eine verbündete Einheit um vier. Gib ihr eine Rüstung. Okay. Wir haben aber all die aufgewerteten. Das heißt, die werden zufällig schießen. Ich brauche ein Ziel. Ähm. Müssen wir mal gucken. Ich habe von diesen Rätseln habe ich tatsächlich nicht so viel Ahnung. Ich schieße die gegnerischen Felder an, nicht meine eigenen. Das heißt, ich würde fast sagen, ich muss mit denen meine eigenen Felder hier reinigen und nicht die gegnerischen angreifen. Da habe ich schon Fehler gemacht. Ja, ich bräuchte nämlich noch vier weitere Schützen. Ein Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Okay. Reaktion. Okay. Oh. Zug beenden. Kann ich hier nicht mehr reinspielen. Das ist doof. Ich brauche ein Ziel. Dann mache ich sie so. Okay. Soll ich jetzt erstmal meine... Ich glaube, ich aktiviere erstmal meine Loyalfähigkeit und gucke, was passiert. Das war ja sehr aufschlussreich. Ich kriege gerade mal die hier weg. Ich kann es mir aber ungefähr vorstellen, wie es funktionieren könnte. Okay. Normal. Die gegnerischen Reihen dürfen wir nicht angreifen. Wir müssen unsere eigenen Reihen angreifen. Das ist das Wichtige. Weiter geht's. So, fangen wir erstmal hier an. Ich brauche ein Ziel. Schießen erstmal hier. Gleichzeitig aktivieren wir aber auch die Fähigkeit. Okay. Zug beenden. Weil die hat nicht so lange Abklingzeit. Dann... Schieße ich nochmal hier. Zug beenden. Dann schieße ich nochmal hier. Ja. Jetzt kommt der Timer. Zug beenden. Dann kann ich nochmal hier schießen. Oh, jetzt mache ich nur 5 Schaden. Das hätte ich vielleicht beachten sollen. Schießen wir nochmal ein paar Gegner an. Zug beenden. Jetzt mache ich allerdings wieder 6 Schaden. Der ploppt auf. 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 Hier hinten sind alle bereinigt. zu beenden. Ich brauche ein Ziel. Den. Dann mit der aufploppt. Jetzt habe ich noch 2 weitere Schützen. Und ich kann sofort einen Leichnam ausschalten. Schütze zu diensten. Im Prinzip müsste es der sein. Jetzt muss ich hoffen, dass ich halt gut treffe. Aber da hätte ich auch noch eine Runde warten können. Das war ein Fehler. Oh. Ah, das war ein Fehler. Das war wirklich ein Fehler. Die Frage ist, wenn ich jetzt den aufschieße, dann werden die auch alle nicht sterben. Ne. Uh. Nochmal. Ich war auf dem richtigen Weg. Also wir dürfen die Gegnerischen Reihen erstmal nicht anschießen. Wir müssen unsere Reihen anschießen. Lyrian! So. Ich benutze mal gleich die Loyal-Fähigkeit. Wobei ich hätte auch noch eine Runde warten können. Weil der Timer wird sich so aufgeben. So. Und wir reden. Ich mache da auch, glaube ich, was falsch. Also ich kann sogar noch einen weiter rechts anschießen. So. Zu benden. Musst du den hier, oder? Den kann ich anschießen. Zu benden. Zu benden. Das Ding hier ausspielen. Zack. Ja. Ja. Gut. Auch gut. Und hier hinten ist gereinigt. So. Da wird da ein bisschen rüber geflankt. Zu benden. Den Sechster werde ich nachher nochmal weg machen. Ich brauche jetzt erstmal hier... Den müsste ich angreifen. Den müsste ich angreifen. Das heißt, ich kann hier, glaube ich... Den ganz links kann ich schwächen. So. 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 Den anschießen. Mehr brauche ich nicht. Hm. Das gefällt mir sehr gut. Das Problem ist jetzt... Wenn es gut läuft, schaffen wir es. Ich brauche ein Ziel. Aber nur, wenn es gut läuft. Weil wir können auch rüberschießen. Und die werden sich auch noch gegenseitig zerfleischen. Ja, 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 ja. Plopp. 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 Und geschafft. Perfekt. Beim dritten Versuch. Uh. Die Rätsel werden schon schwieriger. Diese Karte wurde der Ermeer hinzugefügt und kann im Kommandozelt gefunden werden. Ein Schädel. Wir haben das Grab zugemacht. Okay. Das ist wirklich wunderschön. Was haben wir hier drin? Meine Königin, die Erinnerner sind geflohen und haben Zelte, Vorräte und sogar Ausrüstung zurückgelassen. Wir haben da etwas im Quartier des Kommandanten gefunden. Ihr werdet wissen, was damit zu tun ist, Herr Renn. Die Soldaten sollten auslosen, wer die Truhe öffnen wird. Minus ein Soldaten. Isabel soll die Truhe vor den Öffnen von Zaubern und Flüchen reinigen. Ja. Diese Karte ist jetzt vollständig und kann Kommandozelt. Gut, dass wir Isabel dabei haben. Die ist halt sehr nützlich gewesen. Ich bin froh, dass wir den Kampf da hinten gewagt haben. Aber hätte ich sowieso gemacht. Auch ohne Ispels Belohnung. Schädel. Verbande eine beliebige Anzahl an Einheiten aus deinem Friedhof. Füge dann allen Einheiten in einer Reihe Schaden in Höhe der Verbandeneinheiten zu. Wow. Die ist gut. Die ist echt gut. Artefaktkompression, Eingeschränkung. Verwandle eine gegnerische Einheit in eine Jale-Figur und nimm sie auf die Hand. Artefaktkompression ist auch nicht verkehrt. Eine Schädel gefällt mir aber besser als Beckers Zerr. Wobei Zerspiegel hat... Oh, ich will... Wisst ihr, was wir jetzt einfach mal machen? Wir haben so viele Ressourcen. So. Ich nehme die schönkönigliche Schatzkammer. Und packe den Schädel in mein Deck. Weil, wenn es ein Mann längerer Kampf wird... Aber der Schädel bringt halt bei kürzeren Kämpfen absolut nichts. Das heißt, dann nehme ich lieber eine Jale-Figur. Artefaktkompression. Der Schädel bringt wirklich bei einmaligen, runden Kämpfen überhaupt nichts. Von daher lasse ich das gut sein. Ich kann auch eine Karte aus meinem Deck rausnehmen. Den Sapeur würde ich mal noch rausnehmen. Könnte natürlich auch Bikiniere nehmen und dann noch den Schädel. Denn das wäre halt auch eine Möglichkeit. Aber ja, das sollte so passen. Ich will mein Deck sowieso mal umstellen. Und jetzt haben wir das Rätsel auch gelöst. Das heißt, hier haben wir noch ein Fragezeichen. Und danach geht es zur Hauptquest weiter. Das gefällt mir gar nicht, weil wir haben noch keine Schätze gefunden. Okay. Gucken wir mal, was sind hier? Beute ist hier. Noch ein eingestürztes Haus. Eure Hoheit, die Stadt, ist in der Tat verlassen. Doch in den Verliesen unter dem Gericht sind immer noch Gefangene angekettet. Die Erländer müssen sie beim Rückzug vergessen haben. Was sollen wir tun, mit ihnen tun? Wir können unsere Streitkräfte mit ihnen auch stocken. Doch ich habe den leisen Verdacht, dass es sich nicht um sonderlich disziplinierte Rekruten handeln wird. Jeder Soldat zählt. Na, eigentlich nicht. Wir wurden schon so häufig beklaut. Soll nicht in den Rhein, kann aber noch nicht im Verlies verrotten lassen. Lass sie frei. Na, ich will die Verbrecher nicht. Wir lassen sie trotzdem frei. Aber ich, diese Einheiten verzichte ich ganz gerne. Als Mebes Zug zur Stadt Hamelin kam, bat einer der Bauern, die sie aus nilfgardischer Gefangenschaft befreit hatte, um eine Audienz bei ihr. Hier verlassen wir euch, Herrin. Wir haben in Hamelin Familie. Wir kommen zurecht. Herrin, wir, äh, danken euch für euer Erbarmen mit uns. Viele, viele Male. Knochen-Talismann. Okay, weil wir jetzt die Bauern mitgenommen haben von ganz unten bis nach ganz oben, haben wir jetzt den bekommen. Wir haben so gut wie nichts mehr, Majestät. Die schwarzen Bastarde haben alles genommen. Bis auf dieses Amulett. Es hat meine Familie seit Generationen beschützt. Jetzt mag es euch beschützen. Mebe wollte sagen, dass sie bäuerlichen Aberglauben nicht teilte. Doch als sie das Bein einer Amulett berührte, spürte sie eine mystische Wärme. Der Bauer verneigte sich und ging dann mit den anderen nach Hamelin. Okay. Wir haben also dadurch, dass wir die Bauern behalten haben, ein neues Gegend, eine neue Karte bekommen. Einen neuen Talismann. Wo ist dieser? Hier. Verfügt über mysteriöse Kräfte. Was macht der ganz genau? Die einfachsten Gegenstände haben manchmal die größte Macht. Ich will den ausprobieren. Ich will wissen, was passiert. Ich bin da wirklich gespannt. Hier sind wir sicher. Fürs Erste. Zweimal habt ihr uns nun Gnade gewehrt, Herrin. Militäle segne euch. Majestät, tragt diesen Anhänger. Er wird euch vor dem Bösen bewahren. Hier sind wir sicher. Okay. Fürs Erste. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich so sicher ist. Aber gucken wir mal. Und da ist wahrscheinlich die Lürier waren noch fünf Meilen von Aldersberg entfernt, als die Straße, auf der sie bisher alleine unterwegs gewesen waren, auf einmal voller Menschen war. Bauern, Händler und verbundete Krieger in zerfetzten Rüstungen. Sie trotterten in die entgegengesetzte Richtung. Ihr Hab und Gut auf dem Rücken. Aldersberg ist gefallen, Herrin. Sagte einer der Flüchtlinge mit trauriger Mähne. Die äußeren Mauern sind durchbrochen. Der König hält noch die Altstadt, aber die Schwarzkittel gewinnen. Kehrt lieber um, bevor es zu spät ist. Wir können nirgends hin. Sagte Mewe und gab ihrem Pferd die Sporen. Mir nach. Die Königin ritt so schnell, dass der Wind ihr Tränen in die Augen trieb. Die lyrische Reiterei dicht hinter ihr. Hufe donnerten die Hauptstraße hinunter und die Flüchtlinge machten Platz für die vorbeieilenden Reiter. Los, schneller! Kurz darauf erblickten sie Aldersberg. Ein rotes Leuchten füllte den Horizont und der Wind trug Schreie und das Klirren von Stahl herüber. Die einst so stolze Stadt zerfiel unter der nilfgardischen Sonne immer mehr zu Staub. Die Nilfgarder wollten den Lyriern den Weg abschneiden. Mewe hieb den Soldaten nieder, der sie mit einem Haken vom Pferd reißen wollte. Ein Kopf in geflügeltem Helm fiel zu Boden und hinterließ eine blutige Spur. Okay, Aldersberg ist auch gefallen. Zunächst ignorierten die Invasoren die Lyriern, die immerhin schlechter ausgerüstet, schlechter ausgebildet und zahlenmäßig auch noch stark unterlegen waren. Doch dann begann die Überlegenheit der Nilfgarder zu schwinden. Soldaten in Schwarz fielen ein nach dem anderen unter den Hieben von Mevs Infanterie. Der Nilfgardische Kommandant blickte ungläubig auf das Geschehen und trompetete nach Verstärkung. Story Schlacht, Standard Kampf. Okay. Vor Aldersberg. Ja, was macht der Talisman? Ich verlasse mich jetzt auf diesen Talisman. Wir haben nur einen Wettereffekt. Ich peginiere will ich nicht. Bruchholt brauche ich nicht. Sapeur will ich nicht. Sapeur will ich nicht. Peginiere will ich nicht. Du Hölle, ihr bekommt mich nicht. Nicht jetzt. Nimmst an! Okay. Wir fangen an mit einem gezielten Donner. Und einem Breitschwert. Der Donner ist echt gut. So. Ich weiß nicht, was der Talisman macht, aber ich will erstmal meine Pekingäser suchen. Und der Gegner hat schon gepasst. So kann man den Gegner halt sehr schnell zum Passen bringen. Wenn ich jetzt passe allerdings, ich kann noch eine Karte opfern. Ich will wissen, was der Knochenthalisman macht. Okay, ich klaue mir anscheinend die schwächste gegnerische Einheit. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Na? Schaffen wir einen dauerhaften Kampf? Okay, ich könnte eine Streunerbombe ablegen. Und wenn ich kann, kann man es nicht schaffen. Ähm, fangen wir an. Komm her, lass uns tanzen! Hilfgadische Aberlässt. Selbst wenn wir diese Runde verlieren, wir haben noch mit unsere stärksten Karten am Deck. Wir haben die schwarze Raila, die Heilerin. Und daher riskieren wir es. Und es leckt gerade wieder ein bisschen. Das tut mir furchtbar. Ich glaube, das kommt wirklich lange, wenn ich zu lange aufnehme. Und dann diese Wettereffekte beide liegen. Wir gucken einfach Bruchhold an. Guck mal, ist der nicht süß? Okay, der müsste eigentlich weg. Das werde ich nur leider nicht schaffen. Es sei denn, ich ziehe da ein bisschen. Zug beenden. Und alles tot. Ja, das ist schon wieder. Immer wenn seine Runde beginnt. Vielleicht, weil der Computer gerade nachrechnet. Stirb. Und Gas kommt. Der wird nicht lange überleben gegen uns. So. Er kann sich ganz gerne aus dem Deck rausrufen. Da haben wir eh nichts. Aber jetzt können wir wieder mit der Schleuderer ein bisschen rumschleudern. Und bänden. Okay, wir haben noch einen Schleuderer. Nicht alle Drachen lieben Gold. Ich schon. Okay. Ah, die holen sich natürlich aus dem Lyrischen Weg raus. Ich möchte fast sagen, nochmal ins Lyrische Horn. Und dann können wir auch passen. Ich mag die Musik für den Kampf. Die ist echt schön. Ähm, befinde ich diese Einheit in der Hand, Deck, Schlagzeug, Revision, Torwart, immer eine englische Einheit auf die Fernkampfreie ausgespielt wird. Okay. Passend. Die Einheiten, die noch nachkommen, sind, glaube ich, nicht so schlimm. Sie fehlt euch. Eher igluier. Nein. Selbst mit dem Schaden wird das nicht reichen. Wir haben Nilfgaard besiegt. Wir haben Nilfgaard zum Teil besiegt. Die Lyrier versprengten das Nilfgaardische Bataillon. Eines von vielen, die Aldersberg belagerten. Ihre Späher brachten einen befreiten Gefangenen vor die Königin und Mewe befragte ihn zur Lage in der Stadt. Sie hat sich in ein Schlachthaus verwandelt. Die Kaiserlichen, sie... Der König hat die Stadt geräumt, Herren, aber er selbst hart noch aus. Mit seiner Ehrenwache in der Altstadt. Die Mauern dort stehen noch. Er will bis zum Ende kämpfen. Mewe überlegte, was sie tun sollte. Die Lage schien aussichtslos. Demerwend, den sie um Hilfe bitten wollte, hatte selbst Hilfebitter nötig. Nilfgaard war überwältigend im Vorteil. Die kleine, lyrische Einheit konnte die Belagerung nicht durchbrechen. Aber ein Rückzug? Aufgeben? Das kam für Mewe nicht in Frage. Die Nilfgaarder erwarten keinen Entsatzangriff. Hm. Raila, du kennst Aldersberg. Kannst du uns durch die Seitenstraßen zur Altstadt führen, damit wir dem Hauptteil der Nilfgaardischen Armee aus dem Weg gehen? Die Kriegerin nickte und Rizzo gleich voraus, ohne auf weitere Befehle zu warten. Renat blickte ihr nach, sichtlich besorgt. Und, und was dann, eure Ruheheit? Wir platzen in die Höhle des Löwen und... ...hoffen, dass der Löwe erstickt. Mir nach. Okay. Das könnte interessant werden. Wir wollen Nilfgaard angreifen, die gerade eine ganze Stadt einnehmen. Ähm. Er ist ein Wegepunkt. Da ist auch noch eine Quest. Da oben geht's weiter. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte. Da ist die Hauptquest. Ich glaube, wenn ich die Hauptquest mache, kann ich nicht mehr zurückgehen. Hm. Was haben wir hier noch? Okay, der sagt uns gar nichts mehr. Was passiert, wenn ich jetzt hier weitergehe? Ähm. Du näherst dich einem wichtigen Punkt der Reise. Wenn du weitergehst, kannst du laufende Aktivitäten in der Region nicht mehr abschließen. Das möchte ich natürlich nicht tun, weil ich habe noch drei goldene Truhen. Ähm. Und die würde ich ganz gerne noch finden. Das heißt, jetzt ist wieder dieser Knackpunkt an Zeit gekommen, wo wir passen müssen. Aber die Folge ist heute leider gar nicht so lange. Und daher überlege ich, ich werde jetzt die Schatztruhen suchen. Und wenn ich wieder davon die Schnauze voll habe, machen wir weiter. Und schneiden das noch ran. Damit wir heute noch das Ende erleben. Also sehen wir uns gleich wieder. So. Da bin ich wieder. Ähm. Ich habe die letzten drei Schatztruhen noch gefunden. Diesmal hatte ich ja noch die Kartenfragmente. Für die, die sie selber gerne wissen wollten, eine Schatztruhe war hier in diesem Bogen. Die andere Schatztruhe war hier an dem Waldstück. Das war, glaube ich, die letzte Karte, die ich bekommen habe. Und die Karte vom Raben war ganz links hier. Mit einem kleinen Easter Egg. Welches ich jetzt nicht zeigen werde. Aber, das war ein lustiges Easter Egg. Dann müsst ihr selber hin. Und mit diesem Spiel. Es gibt ja 20 verschiedene Enden. Das heißt, meine Entscheidung ist nicht dieselbe. Spielt es am besten selber. Es ist trotzdem eine grandiose Story. Und ja, ich würde sagen, wir haben alles. Wir gehen zum Ende. Bei den Göttern holst du der Teufel. Das sieht schon sehr mächtig aus. Boah. Die ganze Stadt am Brennen. Und da wird noch raufgeschossen. Mebe nutzte die herrschende Verwirrung und führte ihre Truppen bis an die Mauern der Altstadt heran. Als die Verteidiger die lyrischen Banner erblickten, vermuteten sie zunächst eine Falle. Doch als sie die schwarze Reiler sahen, ließen sie sofort die Zugbrücke herunter. Die Altstadt war ein Labyrinth von Bordellen und zwielichtigen Tavernen. In normalen Zeiten trieben sich Studenten und Vergnügungssüchtige in den dunklen Gassen herum. Nun wimmelten sie von ermüdeten Soldaten. Obgleich die Ankunft der Lyrier ihre Stimmung hob. Die Kämpfer der verbrüderten Länder gaben sich die Hände und tauschten Geschichten. Selbst Edirns König, Demavent, machte keinen Hehl daraus, dass er sich über die unerwarteten Neuankömmlinge freute. Mewe, von allen belagerten Städten auf der Welt kommt ihr ausgerechnet in meine. Ihr kommt, um uns zu retten, nicht wahr? Eigentlich will ich selbst gerettet werden. Ach ja, ich hörte von den Ereignissen in Lyrien. Eine Schande, dieser Verrat. Jedoch, wie ihr vielleicht bemerkt habt, ergeht es uns kaum besser. Ja, ist schwer zu übersehen. Ich dachte, wir hätten eine Chance gegen die Schwarzkittel. Zwei Wochen, dann war die Armee vernichtet, die ich mein Leben lang aufgebaut habe. Euer Gnaden, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt und ob wir das Ende dieses Krieges erleben werden. Doch ich will euch meine Bewunderung ausdrücken. Oh, ihr habt die Stadt evakuiert, doch selbst ausgeharrt. Ihr kämpft bis zum bitteren Ende, wie ein Held. Äh, ja, aber natürlich. Ein König muss ein Beispiel sein, vor allem im Krieg. Renat, dieses Poltern, hörst du das? Beschlagene Stiefel auf Pflasterstein. Die Nilfgader, macht die Männer kampfbereit. Ja, euer Gnaden. So, nun sind wir unter uns. Sag mir, was ist hier wirklich los? Was? Hast du es noch nicht gehört? Ich verteidige meine Hauptstadt wie ein Held. Mh, erzähl kein Stuss. Du meinst wohl eher wie ein Lebensmüder. Da hat er recht. Was ist hier wirklich los? Der König, ähm, ist sehr unerwartet. Soll ich ihn schroff angehen oder Lebensmüder benennen? Ich sag mal sehr schroff. Mavet, bitte, erspar mir diesen Unsinn. Wir kennen uns schon zu lange. Warum bist du noch hier? Ach, Meve, ebenso hochnäßig wie hübsch. Siehst du das Gebäude? Das da? Das Bordell? Das purpurne Mida? Genau. Also, versprich mir nicht zu lachen. Ich bin Kunde dort. Einer der Treuesten. Eines der Mädchen. Dameretta. Sie ist wundervoll. Sie gibt mir das Gefühl, wieder jung zu sein. Ein junger Narr, um genau zu sein. Demerwend, es ist Krieg und... Lass mich ausreden. Dameretta wurde schwanger. Vor neun Monaten. Verstehst du jetzt? Oh, er verteidigt sein Kind. Kommt das Kind? Hat sie Wehen? Seit gestern. Verstehst du, ich kann sie nicht verlassen und auch nicht bewegen. Ich muss bei ihr bleiben, bis das Kind da ist. Und dann? Beten? Die Nilfgaarder zur Taufe laden? Nein, meine Liebe. Es gibt einen Tunnel, der aus der Stadt hinausführt. So wie die Nabelschnur durchtrennt ist, fliehen wir. Doris hier ist eine komplette Armee für einen Bastard. Das ist irre. Ich verstehe, Kinder sind die größten Schätze im Leben. Ähm. Ja. Ich verstehe. Für ein Kind würde man alles tun. Seltsam, nicht wahr? Fast komisch. Es ist Krieg, mein Königreich brennt und... Ich bin glücklich. In diesem Fall hoffe ich nur, dass dein Nachwuchs im Gegensatz zu meinem... Eure Majestäten, die Nilfgaarder greifen an! Mewel, wir müssen durchhalten. Nur ein paar Stunden. Ich gebe mein Bestes. Okay. Verteidigen wir. Verteidigen Verlust statt optional. Töte genug Soldaten der Nauzigerbrigade, um Demovens Zeit für die Flucht zu verschaffen. Hebammen empfehlen gebärdende Frauen, eine Atmosphäre der Ruhe und Sicherheit zu schenken. Demaretta kam nicht in diesen Luxus. Als sie zwischen den Wehen die Augen öffnete, sah sie die flammenden Geschosse Nilfgaardischer Belagerungsmaschinen und die Totenverteidiger, die von den Mauern der Festung fielen. Schneller, flüsterte sie dem Sohn ihren Bauch zu. Schneller, mein Engel. Okay, wir müssen die Stadt verteidigen. Und ein Kind retten. So, was brauche ich, was brauche ich nicht? Ähm. Schwerer Feuerskopium, Maschine, Boss, unbeweglich, permanente Zähigkeit, zerstöre nach vier Zügen. Vier Zugzügen zu Beginn des Zugs das Burgtor. Das heißt, das wird aufgebrochen nach vier Zügen. Hier haben wir Demonent den dritten. Permanente Zähigkeit, Zähler 15, verringere den Zähler für jede zerstörte Nauzigerbrigade um 1. Wenn der Zähler 0 erreicht, gewinnt Mewe den Kampf. Todeswunsch, Mewe verliert den Kampf. Wir müssen ihn auf jeden Fall verteidigen. Ähm. Das heißt, ich kann nicht so viele Karten aufs Feld rufen, wie ich will. Das heißt, die Pikiniere sind Unsinn. Ich brauche Wettereffekte. Und Isabel will ich auf gar keinen Fall wegwerfen, weil die kann heilen. Das ist wichtig. Ich kann nochmal ganz kurz gucken. 25, wie am 5 war. Das heißt, da müsste auf jeden Fall unser Spiegel reinhauen. Ähm. Pikiniere will ich nicht. Streunerbomber gefällt mir relativ gut. Die will ich auf jeden Fall haben. Und A kann ich auch wegwerfen von den weiteren Streunerbomben. Und das sind die Karten, mit denen ich spielen will. Beschützt den König. Haltet sie auf. Nein. Und wir werden von Menno Kohorn persönlich angegriffen. Macht, du Heiliger. Befehle generiere. 2 Nauzigerbrigaden. Abklingzeit 1. Ich mach die mal kaputt. Die ist nicht gestorben, was nicht so schön ist. Streuner. Wir müssen die auf jeden Fall kaputt machen. Katapult. Okay. Ähm. Noch eine weitere Streunerbomber. So. Eine Nauziger hat es tatsächlich überlegt. Wir verringern den Timer aber ordentlich. Wenn unsere Wettereffekte gut treffen. Dann sind die halt alle weg. Ich glaube, hiermit klaue ich die schwächste Einheit, oder? Ich habe gerade die Stärkst verbrannt und alle Karten gebufft um die Stärkst. Der macht immer was anderes. In dem Effekt war er jetzt gar nicht mal so verkehrt. Aber auch nicht so hell. Mewe, sie kommen näher zum Teufel noch mal. Hilfe! Okay. Barbaren. Ah, das werden die nicht überleben. Das werden die nicht überleben. Ähm. Den Zäherspiegel könnte ich einsetzen, aber die hat momentan eine Vierer. Hier den ganz am Anfang einsetzen sollen. Machen wir es so. Wie kann ich dir helfen? Das sollte ausreichen. Den wir wirklich auch noch rein nach vorne. Ich hab dich gewarnt. Das werden wir auch. Glaub mir, du willst mich nicht wütend machen. Okay. Ähm. Er wird nichts weiteres mehr ausspielen. Das heißt, ich könnte jetzt ein lyrisches Horn ausspielen. Was natürlich schlecht ist, weil jetzt wird König Demmerwind geschwächt. Müssen wir aber trotzdem schaffen. Ja, dann... Ich brauch Beckers Spiegel nicht. Hätte gut werden können. War aber nicht. Kommt noch die Nauzika weiter hinzu? Nein, anscheinend nicht. Genug geredet. Zieh deine Waffe. Muss jetzt einfach nur überleben. Und das war's dann. Geld stinkt nicht. Wie sehr die Börse auch müffelt. Okay. Du kannst immer noch umdrehen. Wie viel heilt sie? Heilt um acht. Das sieht schon ordentlich aus. Boah. Ach, das ist... Ups. Ich hab ganz vergessen. Das ist, ähm... Nicht nur ein Rundenkampf. Hahaha. Aua. Aua. Das war grad böse. Alle werden sich jetzt an den Kopf gefasst haben. Was macht der Idiot da? Okay. Ich kann noch zwei Karten neu ziehen. Die will ich nicht haben. Wir haben eine 15 auf dem Feld. Ich denke nicht, dass er da rüber kommen wird. Das heißt, ich brauche die auch nicht. Und das ist gut für mich. Glaubst du, dass ich Angst habe? So. Ich schiebe jemanden auch nach vorne, so als Schutzwall. Das verlangt unser Kodex. Die Nauzika kriege ich noch kaputt. Tu wir an, Hidloir! So. Die Dreier kann ich angreifen. Das ist kein Problem. Der Mavent wird angegriffen. Das heißt, wir machen jetzt mal ein ganzes Bataillon Dreier hier kaputt. Auch wenn der gestärkt wird. Das ist nicht so schlimm. So. Jetzt müssen wir nur noch zwei Nauzika kaputt machen. Was ich wahrscheinlich nicht schaffen werde. Es sei denn, ich lasse die eine Runde durchkommen und ziehe was anderes. Okay. Fassen. Ach, ne. Okay. Einer kommt. Nein! Es schieß! Haha! Es funktioniert! Schnell! Zum Tunnel! Okay, wir haben es so gewonnen. Das war jetzt ein komplett verwirrender Kampf für mich. Ich habe gerade so, ich dachte, warum spiele ich die ganzen Karten aus? Aber wir haben es trotzdem noch hingekriegt. Mit vereinten Kräften hielten sie die Altstadt lang genug, damit Dameretta den Nachkommen des Königs gebären konnte. Einen gesunden, kräftigen Jungen. Als die Hebamme ihm einen Klaps gab, schrie er so laut, dass man ihn fast über den Kampfeslärm hinweg hörte. Kurz darauf verließen die Verteidiger die Mauern und schlichen durch einen Geheimgang aus der Stadt. Außer sich, dass gleich zwei Herrscher des Nordens entkommen waren, machten die Nilfgaarder Aldersberg dem Erdboden gleich. Danke. Ohne dich hätten die Teufel uns verschlungen. Ich sollte sagen, nicht der Rede wert. Doch ich brauche deine Hilfe. Hilfe? Meine Armee ist nicht mehr. Wir müssen uns neu sammeln. Neu sammeln? Und wo? Die goldene Sonne weht über deinem ganzen Reich. In Redanien. Dort gewährt man uns Zuflucht. Und dann? Willst du dem Hofnarren beim Jonglieren zusehen? Während Nilfgaard Erdirn an seine Siedler verteilt? Meve. Man muss wissen, wann man etwas wagen kann und wann nicht. Nilfgaard hat die Front überdehnt. Bald kommt der Winter. Er wird seinen Tribut fordern. Ein, zwei Jahre. Dann schlagen wir zu. und beweisen, dass Nilfgaard ein Koloss auf tönernen Füßen ist. Hm. Na, jetzt Nilfgaard anzugreifen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob Hänsel schon... Also Hänsel wird bestimmt was von dem Krieg mitbekommen haben, weil Eddern ist genau unter seinem Reich. Aber wir müssen uns wirklich erst mal sammeln. Gut. Wie du willst. Als Feigling würde ich ihn auch nicht bezeichnen, weil er ist halt in der Burg zurückgeblieben, nur um seinen Sohn zu beschützen. Von daher... Und du? Ich kann das nicht. Und was hast du vor? Weiterkämpfen, bis ich gewonnen habe. Oder die Schwarzkittel mich fertig machen. Götter, dein Ehemann tut mir leid. Er hatte es bestimmt nicht leicht mit dir. Zu seinen Lebzeiten schien er mir recht zufrieden. Doch meine Bitte war ernst gemeint, dem er wendt. Du wirst mir also nicht helfen? Kein bisschen? Flüsslicher Last. Dieser Karte wurde der Armee hinzugefügt und wir kriegen Gold und Ressourcen. Ich sage den Männern, wer will, kann mit dir weiterkämpfen. Aber erwarte nicht zu viel. Sie sind erschöpft. Sie werden kaum den Weg des größeren Widerstands wählen. Darüber hinaus, kennst du das Sprichwort mit der Weisheit am Ende an einen Zwergen dich wende? Ja, und noch viele mehr. So sehr ich Volksweisheiten auch schätze, wären mir harte Fakten nun lieber. Besonders Fakten zu meiner Situation. Wie wäre es damit? Mahakam ist nur einen Wochenritt von hier entfernt und mit ihm tausende bis an die Zähne bewaffneter Zwerge. Genug, um den Krieg zu entscheiden. Vielleicht, aber die Sache ist die. Zwerge sind bekannt für ihr Desinteresse an menschlichen Konflikten. Sie würden mir niemals Hilfe, was sage ich, nicht mal Eintritt gewähren. Außer, du zeigst ihnen das hier. Den Bleiring. Ein Symbol der Freundschaft, den mir ihr Ältester geschenkt hat. Das heißt nicht, dass sie dich mit offenen Armen begrüßen werden. Aber sie werden dich immerhin anhören. Hm. Ich könnte eine Zwergeninfanterie gut gebrauchen. Na schön. Ich versuche es zumindest. Auf nach Mahakam. Gut. Und um dir die Reise einfacher zu machen, sollst du den besten Führer, die beste Führerin haben. Reila. Ja, euer Gnaden? Du warst schon oft mit mir in Mahakam. Du kennst das Land. Ich möchte, dass du Königin Mewe und ihr Gefolge dorthin bringst. Wenn das euer Wille ist, mein König, gehorche ich. Ich schicke Boten voraus, damit die Zwerge von eurer Ankunft wissen. Bis dann. Ich wünsche dir Glück, Mewe. Mögen wir eines Tages gemeinsam auf Kaiser Emhirs Grab tanzen. So sei es. Wenn ich dann führen darf. Ha, natürlich. Lebt wohl, Königin. Mewe verließ Aldersberg mit einem schlechten Gefühl. Statt ihr Hilfe zu gewähren, schickte Dema Wensi nach Mahakam. Die Straße wurde zunächst von der brennenden Stadt erhält und dann von den schwelenden Überresten niedergebrannter Dörfer. Es war eindeutig, dass der Krieg gegen Nilfgaard eine bittere Wendung genommen hatte. Fremde wurden als Feinde behandelt und die eigentlich so gastfreundlichen Edirner schlugen einem die Tür vor der Nase zu. Die Moral war zudem auf einem Tiefpunkt und besserte sich auch nicht, als die ersten Berge in Sicht kamen. Mewe wandelte durch die Asche ins Reich der Zwerge. Oh, das war das zweite Kapitel von, ich glaube, fünf. Vier sind es auf jeden Fall. Fünf, ich glaube, sogar fünf sind es auf jeden Fall. Fünf Karten waren das. Oh, Junge. Die schwarze Raila führte die Königin und deren Gefolge über steile Wege nach Marra kam. Der Heimat der Zwerge. Dort warteten jedoch nicht nur schneebedeckte Gipfel auf sie. Raila, du bringst Fremde. Gabor, darf ich vorstellen? Mewe, Königin Lyriens und Rivians. Ah, eine Königin. Alle Wetter. Tja, also. Ein großer Schattenstrich über den Himmel. Der Zwerg sparte sich den Rest der Begrüßung und alle blickten hinauf zu dem Drachen, der zügig auf den Karbonberg zuhielt. Kältulis. Keine Pange. Er stellt keine Bedrohung für uns dar. Der Zwerg hatte die Stille sanft durchbrochen. Ihm war der ungewöhnliche Anblick vertraut. Und nun? Den Platz, bevor der Eintopf kalt wird. Ich? Aber? Wieso? Drache? Verdammtes Wunder, nicht wahr? Man bedauert fast, dass die Echsen aussterben. Solltest du nicht um deinesgleichen besorgt sein? Die Kreatur setzt doch ganz Mahakam in Flammen. Kältulis hat doch seit Jahrhunderten keiner Zwergenseele was getan. Majestät, wollt ihr kosten? Nein, danke. Ich weiß das natürlich zu schätzen, guter Zwerg. Ach, nennt mich einfach Gabor, bitte. Bin entzückt, euch kennenzulernen. Ich mag den Jungen. Der sieht so proppig aus. Gabor hier gehört zu Mahakams Honoration. Er stammt aus einem der führenden Clans, den Zygrins. Sonst wäre er auch nicht der Fremdenführer für wichtige Gäste wie uns. Ein Vergnügen. Wie gesagt, danke für die Gastfreundschaft, aber ich habe keine Zeit zu schmausen. Ich muss mit eurem Herrscher reden. Sofort. Hm, nichts für ungut, aber unser ältester Bruvahook ist nicht sehr gesellig. Vor allem nicht bei Menschen. Nicht mal bei denen mit Krone. Aber vielleicht könnte ich, falls ihr einen Brief schreiben würdet... Ihre Majestät führt Demavents Siegel. Offiziell. Ah, na, das ist was anderes. Wir lassen nicht viele Menschen nach Mahakam. Aus gutem Grund. Wer durch das zweite Tor darf, muss eine Augenbinde tragen. Nachdem er seine Waffen beim ersten Tor abgegeben hat. Aber ihr habt den Bleiring, den euresgleichen als Beweis der Freundschaft trägt. So ist klar, dass wir euch als eine von uns behandeln können. Der Älteste sieht gerade bei seinen Schäfchen nach dem Rechten. Kommt, am besten sprecht ihr sofort mit ihm. Der Zwerg war zwar deutlich kleiner als die lyrischen Infanteristen, bewegte sich aber mit Leichtigkeit durch den Schnee, der ihm bis zur Hüfte reichte. Die anderen rutschten und stolperten hinter ihm her. Mewe und Reila blieben zurück, um ein privates Wort zu wechseln. Gabor Zygrin. Diese Karte wurde deiner Arme hinzugefügt und kann im Kommandozelt gefunden werden. Ich werde hier so viel Spaß in diesem Kapitel haben. Ich liebe Zwerge. Und ja, Gabor ist schon mal ein guter Anfang. Der Zwerg war deutlich kleiner als die lyrischen Infanteristen. Also, um Wort zu wechseln. Der Ring, wie ist der mal mit an ihn gekommen? Dieser Ring. Wo hatte Dema Wend ihn her? Vom Ältesten selbst. Es ist Jahre her. Mindestens zehn. Vielleicht mehr. Warum? Oh, ihr müsst die Geschichte doch kennen, Majestät. Der Form nach ist Folte ist von Temerien, Herr von Mahakam. Er hielt es für sein Recht, hier Steuern zu nehmen und schickte seine Eintreiber. Die Zwerge fühlten sich ihres letzten Hemds beraubt. Also zogen sie ihrerseits die Eintreiber nackt aus, steckten sie in Bierfässer und rollten sie den Berg hinunter. Meine Güte. Foltest war gewiss sehr zornig. Und wie? Er stellte sofort eine Strafexpedition zusammen. Als sie aufbrechen sollte, gelang es Dema Wend, Foltest davon abzubringen. Den Ring hat er von dem Ältesten zum Dank erhalten. Ich verstehe. Dema Wend hat Mahakams Untergang verhindert. Majestät, Dema Wend hat nicht Mahakams Untergang verhindert, sondern den von Foltest und der Temerier. Mahakams Befestigungen. Nun, ihr werdet sie sehen. Kein Mensch wird sie jemals einnehmen. Woher kam denn dann die Dankbarkeit des Ältesten? Wenn die Zwerge die Temerier vernichtet hätten, wäre es zu Racheakten gegen alle Anderlinge in Temerien gekommen. Bruva wusste das. Dema Wend hatte also in Wirklichkeit diese gerettet. Äußerst vorausschauend, dieser Älteste. Und gerissen wie eine Schlange. Hütet euch also vor seinem Zischen und wählt eure Worte sorgfältig. Okay. Und dann ermorden sie uns hinter Rücks. Ich habe irgendwie so das Gefühl, Raila ist ein bisschen rassistisch. Raila, deine Hilfe war ein unerwarteter Schatz. Ich habe nur meine Befehle bis zum Ende ausgeführt. Verstehe. Und was zieht dich jetzt fort? Unsere Wege trennen sich, das ist alles. Sicher warten in der Heimat neue Befehle auf mich. Dema Wend hat sich zum Redanischen Hof geflüchtet. Da wird er sich verstecken und bis zum Frühling sein Gesicht nicht zeigen. Das weißt du. Willst du nicht in meinen Rängen bleiben und gegen die Schwarzkittel kämpfen? Nein, Majestät. Du magst mich nicht. Du magst mich nicht besonders, was? Wir sind nicht vom selben Teich, Majestät. Es ist kaum ein Platz. Geschissen auf Teich und Platz. Lass uns ehrlich sein. Zwei Frauen, keine Feindschaft. Sag mir, wieso. Ich habe irgendwas getan, was du unmöglich fandst. Ihr habt eher etwas unterlassen. In Edda. Ihr wart viel zu nachsichtig mit den Elfen. Wie immer. Bereit zu vergeben, Gnade walten zu lassen. Was hätte ich tun sollen? Dich sämtliche Anderlinge im Wald umbringen lassen? Bosheit verlangt Bosheit. Blut verlangt Blut. Na schön, Raila. Dann geh und trink dich voll mit dem Blut, wenn du musst. Mewe und Raila blickten sich mit versteinerten Minen ein letztes Mal fest in die Augen. Dann verbeugte sich die Kriegerin auf eine Art, die man für übermäßig höflich halten konnte, machte Kehrt und ritt davon. Mewe blickte ihr nach, bis sie hinter einer Schneewehe verschwunden war. Dann gab sie selbst ihrem Pferd die Sporen. Zornig wie ein Hase im Dornengestrüpp. Diese Karte wurde aus seiner Armee entfernt. Schwarze Raila. Okay, also weil wir sie die Elfen in der Höhle nicht haben umbringen lassen, ist sie jetzt abgehauen. Schade, weil sie war wirklich eine sehr, sehr starke Einheit, die andere Einheiten aus dem Deck rufen konnte. Ich werde sie vermissen. Herrin, ich habe eine Nachricht für euch. Ich würde mal sagen, diese Nachrichten lesen wir erst beim nächsten Mal. Jetzt gucken wir mal ganz kurz hier auf die Karte. In das Zwergenvolk ist die, uh, die ist auch groß. Aber die ist nicht so groß, aber die sieht wunderschön aus. Die ist halt nicht so offen. Hier ist, glaube ich, das Reich. Wow. Sehr verwinkelt. Ich glaube, diese Karte ist zwar auch riesig, aber nicht so groß wie die aus Eddern. Einfach, weil wir hier nicht so viele Möglichkeiten haben, langzugehen, sondern mehr Berge, die wir wahrscheinlich gar nicht erst betreten können. Na gut. Aber das war es heute mit der Folge. Wieder ein bisschen länger. Ende des letzten Aktes. Ende des zweiten Aktes. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in die Schnee verschneiten Berge. Das klingt komisch. Vom Maha Cup gehen. Ich bin kaputt. Das war eine lange Aufnahmesession. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich heute gespielt habe. Ich bin durch. Ich brauche jetzt eine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das wird Nilfgaard büßen. Ich schwöre es bei allem, was mir heilig ist. Das wird Nilfgaard büßen.